1-2-Test. Hört mich jemand hier? Hallo? Hallo? Seid ihr da? Hallo? So blöd, wenn keiner zuguckt, ne? Irgendwie ist das doof. Hallo? Hier sind's. Shelly und Christiane. Ich glaube, wir machen das mal. Wir machen das jetzt einfach mal. Und wenn wir das jetzt machen, wie nennen wir das dann? Na, wo kommt denn das hin? In den Computer? Ja, nee. Auf die Ohren? Ja, auf die Ohren. Auf die Ohren ist cool. Auf die Ohren. Also ein Podcast. Auf die Ohren. Ein Podcast mit Shelly und Christiane. Das kommt, oder? Das klingt super. So machen wir das. Perfekt. Oh, halt gut. Heute. Stampin' Up. Eine Herzenssache. Hallo, Shelly. Hallo, Christiane. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Na, sehr gerne. Wir zwei podcasten. Wie heißt denn das? Weißt du das jetzt? Podcasten? Das weiß ich doch nicht. Oder wir labern uns einen Wolf. Und was hat Carsten eigentlich damit zu tun? Ich weiß auch nicht so genau. Naja, gut. Also, wir Audionen jetzt für euch. Das klingt auch doof. Nee, klingt auch doof. Wir sind einmal im Monat für euch unterwegs. Zusammen. An der Ohren. An der Ohren. Auf den Ohren. Auf den Ohren. Auf die Ohren. Auf die Ohren. Ihr merkt schon, wir sind auch noch nicht ganz warm. Nee, aber wir üben. Und wir hoffen, ihr habt Spaß dran. Heute geht's für uns beide um eine Herzensangelegenheit. Ja. Der Grund, warum wir uns kennen. Mhm. Der Grund, warum wir viele, viele, viele Stunden schon telefoniert haben. Viele gemeinsame Tage miteinander verbracht haben. Uns manchmal dann die Wand klatschen wollen. Wie das eben in einer guten Ehe so ist. Rüte höch. Möchtest du anfangen? Ja, es geht ums Stampen ab. Mhm. Ein Direktvertrieb mit Herz, könnte man auch sagen. Ja, zu lieben, was wir tun und zu teilen, was wir lieben. Dadurch zeichnen wir uns aus. Genau. Shelly, erzähl mal, wie bist du überhaupt zu Stamping abgekommen? Naja, das ist jetzt ziemlich fünf Jahre her. Vor fünf Jahren habe ich mit meinem jetzigen Ehemann zusammen unsere Hochzeit geplant. Und wir haben damals eigentlich alles abgegeben, was man so abgeben kann. Also wir haben bereits im, weiß ich gar nicht, Mai, Juni die Standesbeamtin angerufen gehabt und gefragt, ob wir denn wohl einen Termin reservieren können. Und wir haben unseren Feierort festgemacht und den Fotografen ausgesucht. Und haben eigentlich gesagt, wir geben alles ab, bis auf die Einladungskarten. Naja, und die wollten wir dann halt, also ich, irgendwie selber machen. Ja, und wie das dann so ist, überlegst du dir halt so hin und her, wie du das machst. Und dann habe ich im Internet geguckt und alles, was ich da so gesehen habe, hat mir irgendwie nicht gefallen. Abgesehen davon sollte es ein Schweinegeld kosten für so ein paar gedruckte Sachen. Und dann habe ich mir überlegt, ich bist doch gerne kreativ, guckst du doch mal, was man da so selber machen kann. Stempel und Papier wusste ich ja, gibt es. Und dann bin ich über Stampin' abgesteufert und habe mir in den USA ein Stempelset bestellt, was es in Deutschland ja nicht gab. Lovely as a Tree war übrigens bis letztes Jahr im Katalog. Also, dass wir mal drüber geredet haben. Das sagt, glaube ich, dieses Jahr ist was gefallen, ne? Genau, also im letzten Jahreskatalog war es noch und dann hat es uns nach 18 Jahren verlassen. Ich habe es noch. Ich auch und das gebe ich auch nicht her. Ja, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann habe ich einen Workshop bei einer Stampin' Up Demonstratorin besucht. Und zwar bei meiner jetzigen Team-Mami. Ah. Bei Jana. Die wohnt ja hier direkt in die Ecke bei mir. Ja, und dann war ich dann auf dem Workshop und fand das total toll und habe Papier bestellt und ganz viele andere Sachen für, keine Ahnung, viel Geld. Ein Euro für 50. Ah, vielleicht auch zwei. Und ja, ich habe dann die ganzen Sachen mal nach Hause gebracht, habe die meinem Mann gezeigt, der fand das toll. Dann kommt der ganze, also ich hatte einen Katalog mit nach Hause gebracht und gesagt, ne, hier und das. Und dort und dann kamen die ganzen Sachen nach Hause und dann sagte er, ja, ist total schön, ist mir aber zu kalt. Ich hatte damals Kirschblüte, Schiefergrau und Flüsterweiß ausgesucht als Farben. Mit ihm zusammen wohlgemerkt. Und das war ihm dann zu kalt. Und dann habe ich also nochmal so eine Bestellung für 80 Karten gemacht, ne? In Vanille pur, Wildleder, Olivgrün und Altrosé. Das war damals eine Inkolor. Ja, dann haben wir die Karten gebastelt und alles Mögliche. Und irgendwann hatte dann meine Team-Mama Jana mich in eine falsche Gruppe einsortiert. Und Facebook schlug mir also einen Tag von meinem Geburtstag vor. Ah, du könntest ja Stampin' Up-Demonstrator werden, beziehungsweise Stampin' Up als deinen Arbeitgeber angeben. Und ich war ja schon lange am überlegen. Ach ja, hm. Och, und wird mir ja auch Spaß machen und Workshops geben. Ah, dann bin ich eingestiegen. Am 4. März 2015. Einen Tag von meinem Geburtstag. Ja, und jetzt bin ich seit viereinhalb Jahren dabei und habe es noch keinen Tag bereut. Und du so? Ja, ich habe eine Freundin, die wohnt bei mir quasi um die Ecke. Und die hat eine WhatsApp-Gruppe und in dieser WhatsApp-Gruppe sind irgendwie der halbe Freundeskreis. Und das ist so eine, äh, Mädels, ich habe Putzparty am 17. Wer kommt? Mädels, ich habe Plastikparty am 18. Wer kommt? Und Mädels, ich habe Kerzenparty am 19. Kommt jemand? Vielleicht auch noch so. Schmuck? Ja, also alles, was das Herz begehrt im Direktvertrieb mit Party war ihrs. Und ja, irgendwann stand da, Mädels, ich habe Bastelparty. Ich denke, was? Dann muss ich auch mal gucken. Ja, und dann bin ich also hin zu dieser Bastelparty und ich habe früher gerne gebastelt. Was mir total auf den Sender ging, war, dass wenn du, keine Ahnung, in einem Discounter deiner Wahl das Papierangebot nutzt und im Bastelgeschäft deiner Wahl das Stempelfarbenangebot nutzt, dann passt das nicht zusammen, obwohl es beides rot ist. Weil eins ist blaustichig, eins ist bräunlich, irgendwie sieht es aus wie Appel und Ei, passt null. Und das war ganz furchtbar, das mochte ich nie und so habe ich das Basteln irgendwie drangegeben. Und nun saß ich also auf dieser Bastelparty meiner Freundin und dort kam eine Stamping-up-Demonstratorin und die brachte eine Karte mit, die wir nachbasteln sollten. Damals, kurz vor Weihnachten, mit Schneeflocken, erinnerst du dich an die Handstanze mit den doppelten Schneeflocken drauf. Oh, ja. Und das Stempelset dazu. Genau, und damit haben wir dann eine Lagenkarte gebastelt, also Triple-Layer-Karte für die Insider unter uns. Und die Karte wirkt ja irgendwie von alleine. Und ja, dann war irgendwie der Cardstock und der Stempel und war alles eine Farbe. Und ich denke, oh, guck mal, das ist ja geil. Geht doch. Geht doch, genau. Und ich glaube, wir haben damals gebastelt mit Aquamarine und Schiefergrau. Passte irgendwie mega gut und ich war total verliebt. Und habe mir sofort Papier bestellt. Ich habe sofort, ja, dieses Stempelset bestellt mit der Handstanze und ein Zehnerpack Stempelkissen. Nämlich die gesamten Pastellfarben waren sofort erstmal meine. Und ja, dann war ich ein Jahr lang Kundin und bin, glaube ich, auf jeden Workshop von dieser Demo gelaufen, den ich kriegen konnte. Und nach einem Jahr habe ich dann gedacht, das kannst du auch selber. Weil da konnte man ja auch einfach irgendwie noch ein bisschen sparen. Habe ich damals noch geglaubt. Wer hat es Stempelkissen ab angefangen, um sparen zu können? Ja. Du auch? Ja, so grundsätzlich. Und? Hat es funktioniert? Nee. Dafür habe ich heute erfolgreich ein kleines Team aufgebaut. Ah. Und mein Wohnzimmer exportiert. Ja, also. Oh mein Gott. Es gibt Menschen, da ist der kleinste Raum in der Wohnung, das Wohnzimmer. Richtig, ungefähr bei mir. Ja. Also die Abstellkammer ist noch kleiner, aber kurz danach kommt gleich das Wohnzimmer. Eigentlich ist es ein Kinderzimmer in meiner Wohnung gewesen. Und in meinem größten Raum habe ich jetzt meine Arbeitsecke und der Rest ist Workshopraum. Aber es ist total schön hier bei dir. Ja. Und dann habe ich noch zwei, drei andere Workshop-Räume. Also in anderen Locations, wo ich auch Workshops gebe. Dein Workshop-Raum ist auch toll. Dankeschön. Ja, der ist echt schön. Und vor allen Dingen im Sommer schön kühl, muss man ja mal dazu sagen. Ja, das stimmt. Das ist bei mir nicht so. Ja. Und dann habe ich bei dieser Freundin, die also mich damals eingeladen hatte zum Thema komm mal zur Bastelparty. Sie sagt, ach komm, ich mache mal eine Bastelparty für dich. Bitte? Was machst du? Ja, du kannst doch mal hier da, was die andere konnte, kannst du doch auch. Ich mache mal für dich eine Bastelparty. Ja. Dann mach mal eine Bastelparty. Und dann hat sie also diese WhatsApp-Gruppe wieder bemüht. Dick, 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 Bastelparty. Und da kamen dann auch ein paar Damen, unter anderem die Nachbarin. Das war dann hinterher mein erstes Teammitglied. Ach, cool. Ja. Und dann gibt es einfach noch, ich habe ja die doch eher seltene Ehre, ein männliches Teammitglied zu haben. Das war auch einfach total lustig. Ich hatte irgendwie meinen besten Freund und seine Frau gebeten, auf einen Workshop zu kommen, weil ich hatte von meiner Nachbarin einen Kontakt bekommen zu einer Dame, die super gerne bastelt. Und ich wollte mit ihr nicht so alleine. Ich wollte, dass das eine nette Runde wird und hatte eben meine besten Freunde gebeten, ob sie denn dazu kämen und wir irgendwie nett was zusammen basteln könnten. Und ja, es war auch ein super netter Abend. Wir haben irgendwie schön gebastelt und die Dame war auch total begeistert. Und ja, und das müssen wir unbedingt nochmal wiederholen. Und kann ich den Katalog mitnehmen? Und ich denke, oh, das ist ein voller Erfolg. Habe ihr alles erzählt, was ich wusste über SU und über Einsteigen und über Kunden sein. Und alles, was ich wusste, habe ich ihr erzählt. Und die ist also total geflasht dann gegangen. Dann habe ich hinter ihr die Tür zugemacht, bin wieder in meinen Workshop-Raum reingekommen und mein bester Freund sagt zu mir, wo muss ich unterschreiben? Ach. Und ich denke, warte kurz. Ja, das war eigentlich nicht das Ziel, aber herzlich willkommen. Ja, so kommt man zu männlichen Teammitgliedern. Ja, da hast du mir definitiv was voraus. Aber ein Team habe ich auch aufgebaut. Ja, ich war auch bei einer Freundin von mir, die ich auch über einen anderen Direktvertrieb kenne und auch schon ganz, ganz lange kenne. Die hatte das mitbekommen, dass ich mit Stampin' Up angefangen hatte, weil ich mir natürlich auch eine Webseite und eine Facebook-Seite und ein bisschen hier und ein bisschen da gemacht hatte. Und dann hatte sie mich eingeladen, ob ich denn nicht mal bei ihr sowas machen könnte. Dann habe ich da hingefahren, hat man dann auch direkt einen Workshop gemacht. Und ja, das war sehr nett. Und dann bin ich, glaube ich, weiß ich nicht, sechs Wochen später oder was, noch mal zum Workshop da hingefahren. Da waren dann ein paar andere Leute da. Und von dem Workshop bin ich nach Hause gefahren mit drei Teammitgliedern. Ja. Habe ich gedacht so, ja, so geht's auch. Fand ich also total lustig und nett. Und dann hatte ich mein erstes kleines Team schon aufgebaut. Und ja, inzwischen sind wir ein paar mehr Leute geworden. Auch, dass du jetzt in meinem Team bist, sorgt ja dafür, dass mein Team deutlich angewachsen ist. Auch so der ein oder andere. Also im Juli diesen Jahres. Und ja, jetzt bin ich seit anderthalb Jahren soweit, dass ich also auch offiziell bei Stampin' Up zur Gruppe der Führungskräfte gehöre. Also einen bestimmten Titel, in dem Fall Elite Silber habe. Und das bedeutet, dass ich, wenn es größere Events von Stampin' Up gibt, eben auch zu den Führungskräfte-Events eingeladen werde. Ich arbeite noch dran. Ich würde dich auch sehr, sehr gerne auf die nächste, nein, die übernächste große Veranstaltung mit zum Führungskräfte-Gründchen mitnehmen. Weil die nächste, die ist ja schon nächsten Monat. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Ja, das stimmt. Der Qualifikationszeitraum dafür war gestern abgelaufen. Ja. Das habe ich nicht ganz geschafft. Fast. Aber viel fehlt nicht. Ah ja, also. Bisschen. 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 Ja. Ja. Und was? Bedeutet Stampin' Up so für dich? Ach, für mich ist Stampin' Up, ja, eine Herzenssache geworden. Weil ich so viele neue Freunde, so viele neue Bekannte, ich mag total gerne auf verschiedene Events fahren. Nicht nur von Stampin' Up selber, sondern auch von Demos organisiert und mag dort einfach den Austausch und liebe nette Mädels treffen, ein bisschen basteln, ein bisschen schnacken, ein bisschen Käffchen trinken. Das ist einfach so nett. Und ja, wenn ich nicht so reisefreudig wäre und ich nicht innerhalb Deutschland schon Leute kennen würde, dann wäre ich auch nicht auf die Burg gekommen. Richtig, das wollte ich gerade sagen, denn wir haben uns ja auch auf einem solchen Event kennengelernt. Genau. Schon jetzt ein Jahr und fünf Monate her, ne? Ja, länger noch. Wir haben 12. August, 3. Mai, äh, 3. März, 1. 2. 3. März war das doch. Ja, aber wir haben jetzt schon Oktober, meine Lieben. Ach, wir haben Oktober, stimmt. Also eigentlich haben wir August, aber gut. Das hier kommt erst im Oktober. Ach so, das müssen wir doch nicht verraten. Nein, wir verraten. Also, wir haben Oktober, wir kennen uns schon anderthalb Jahre, es läuft auch besser von der Hand. Ja. Genau, und ich habe zwei befreundete Demokolleginnen aus Stuttgart, mit denen ich in Kontakt stand, und die hat mich irgendwann angeschrieben und gesagt, ob ich nicht nach Paderborn kommen könnte. Ja, die waren nämlich bei uns auf der Burg angemeldet. Genau, und ich denke, wohin, wo ist das denn? Und ja, das wäre ja genau die Hälfte. Naja, nun, genau die Hälfte ist es nicht, die haben schon noch ein bisschen mehr zu fahren gehabt als ich. Ach, war doch nett, oder? Ja, ich hatte auf jeden Fall vorher in meinem anderen Job noch ein Meeting und konnte so mit erst nachmittags los und kam dann also irgendwann auf der Burg an. Da war schon der Raum offen. Abendessen gelaufen. Abendessen gelaufen. Abendessen gelaufen. Und ich rief also eine von meinen beiden Mädels an und sagte, äh, ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz, äh, wo muss ich denn jetzt hin? Drei Grad und so, die kam mir dann entgegen in kurzem Torb, oh, es ist so warm hier. Was? Natürlich. Ja, und dann, ähm, mussten wir noch ein Stückchen Fußmarsch und, ähm, dann hat sie mir mein Zimmer gezeigt und, äh, dann bin ich in diesen Raum gekommen und stellte fest, dass neben beiden, meinen, neben beiden Mädels, kleiner Zungenbrecher, neben meinen beiden Mädels kein Platz mehr war. Ja, fand ich jetzt total doof. Ja. Weil, also, ich kenne ja sonst da niemanden. Ähm. Und wir waren ja nicht so viele, wir waren ja nur 13 oder so. Genau, ja, und dann musste ich also auf dem einzigen freien Platz an diesem Tisch sitzen und der war neben dir. Ja, oh Gott. Ja, hab ich auch gedacht. Was sind das für eine Irre? Waren, glaube ich, ihre ersten Worte? Ja, also, ich, ähm, hab echt gedacht, was ist denn das für ein Habib-Männchen? Und, also, kann ich nicht mal zur Ruhe kommen? Und, was sitzt denn da für ein Vogel daneben? Und, nun ja. Der Mann. Ja, heute. Damals war das nur so ein armer Vogel, der einzige Hahn im Korb. Nein, der war nicht ganz flügge zu dem Zeitpunkt. Das stimmt. Und deswegen warst du ja auch so ein bisschen... Über. Über. Ja, genau. Der Mann, ein bisschen, äh, kränklich und, ähm, du nicht ganz 100% mit den Gedanken dabei. Nee, man muss ja auch auf den Mann aufpassen. Den kannst du ja nicht mal ein Wochenende alleine lassen. Ja, dem kannst du ja kein Cola-Glass in der Hand holen. Nee, gefährlich. Prost übrigens, was? Genau. Hm. Sollen wir einen Schluck trinken, wenn man hier so viel sabbelt? Ja, genau. Und dann habe ich da gesessen und, ähm, ähm, habe mich halt zuerst gewundert, weil ich denke, irgendwie, nun fahr doch mal einen Gang runter. Aber das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit total gebessert und Sonntag haben wir dann schon beide geweint, dass wir uns trennen müssen. Ja, und dann hieß es, ich komme mal zu deinem Workshop. Ja. Und da war sie dann auch. Und das war ganz schön lang bis Mai, ne? Hm. Ja, das war schon echt übel. Dann war ich im August letztes Jahr bei dir. Mhm. Ja, und dann war ich gefühlt 27, 13, 15 Mal hier. Ja, aber ich war auch nochmal bei dir so zweimal zwischendurch. Mhm. Und dann waren wir wieder auf der Burg. Genau. Und so geht das irgendwie in einer Tour. Ja, genau. Jetzt ist, ähm, August. Mhm. Und sie war gerade bei mir zum Geburtstag. Genau. Und jetzt bin ich hier zum Workshop und zum Podcast aufnehmen. Ähm, ja. Podcast gibt. Oder das wird gerade dran arbeiten. Und dann müssen wir das noch schneiden. Und noch ein Bild und ein paar Fotos. Und überhaupt, deswegen kann das auch erst in sechs Wochen rauskommen. Weil das muss ich ja alles machen, wenn ich wieder im Rehmen bin. Genau. Jetzt haben wir es verraten. Ist auch nicht schlimm, oder? Nee, ist nicht schlimm. Weil wir wollen ja wir. Genau. Und das lieben die Leute an uns. Zumindest die, die uns schon kennen. Genau. Und vielleicht können wir noch ein paar andere begeistern. Denn was du vorhin gesagt hast mit Stampin' Up, ist für dich so eine Herzenssache. Und du lernst so viele Leute dadurch kennen. So ist das bei mir auch gewesen. Also, ich habe ganz, ganz viele neue Freundinnen kennengelernt. Ich habe das Gefühl, ich kann hinfahren, wo ich möchte. Irgendwo ist immer einer, der stempelt. Und du hast ja auch gleich ein Thema, über das du sprechen kannst. Ich habe sogar durch Stampin' Up Niederländisch gelernt. Ich war in den Niederlanden auf einer, damals hieß das, glaube ich, noch Convention. Da waren die Events noch nicht gleichzeitig. Und das deutsche Event war zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nicht konnte. Und dann bin ich halt in die Niederlande gefahren. Und wenn man da schon hinfährt, dachte ich mir so, muss der die Sprache auch ein bisschen sprechen. Und habe dann angefangen, Niederländisch zu lernen. Und bin da super herzlich aufgenommen worden. Und es war einfach nur richtig schön. Oder als wir in Bremen dieses Jahr über Pfingsten den Friends Day hatten. Oh ja, Stempel Palast and Friends, den Trefftag, nenne ich das mal. Ja, das war total lustig. Da gab es kurz vorher, gab es in einer Facebook-Gruppe von einer amerikanischen Demonstratorin die Anfrage. Ja, mein Sohn ist in Bremen und ich bin über Pfingsten da. Und macht da nicht jemand zufällig einen Workshop, an dem ich teilnehmen kann? Ich so, ja, hier, meine Freundin. Und ja, dann haben wir ein bisschen hin und her gequatscht. Mit einer ganz zauberhaften Demonstratorin aus Florida. Die uns schlussendlich an diesem Tag besucht hat. Stampin' Up verbindet im Zweifel auch mit Händen und Füßen. Oh ja, nicht alle von uns konnten Englisch und haben sich aber dann, sie war auch wirklich lieb und zugetan, sodass also jeder einfach drauf losgebrabbelt hat, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber wir haben wirklich versucht, uns alle mit Händen und Füßen mit ihr zu unterhalten. Und es war einfach schön. Und ich fand das total niedlich. Sie erzählte dann zwischendurch, ihr Sohn hatte gesagt, sie solle ihn bloß anrufen, wenn das nicht funktioniert. Er wäre sofort da und würde sie wieder abholen. Ja, und eigentlich, als er um halb drei anrief und sagt, er ist dann jetzt wieder da. War das nicht so lustig? Nee, da hätte sie eigentlich auch noch ein Stöhnchen auf zwei bleiben wollen. Ja, das war sehr, sehr lustig. Ja, total schön. Ja. Und das mag ich einfach so, dass gerade beim Stempel Palast & Friends irgendwie auch, wenn man nicht in einem Team ist, sondern einfach irgendwie, wer sich mag und wer vom Herzen her dazugehört, der ist einfach dabei. Ob er nun in meiner Downline hängt oder in deiner Downline hängt oder nicht. Das ist einfach schön und das macht Freude und ja, wir sind zusammen kreativ und ich mag auch die Unterstützung, die es da so gibt. Also, wenn irgendjemand schreibt, XYZ ist passiert, als wir, das ist schon eine ganze Weile wieder her, da gab es so einen Vulkanhausbruch auf Hawaii. Das muss letztes Jahr irgendwann gewesen sein. Und da hat halt eine Demo für ihre befreundete Demokollegin, die eben auf Hawaii wohnt und eben von dieser Evakuierung und auch von diesem Lavastrom dann betroffen war, hatte dann gebeten, dieser Dame doch Karten zu schicken. Damit sie wenigstens was zum Zeigen hat, weil das Haus und alles war halt verschüttet und bevor sie die ganzen Sachen, die sie halt eben dann nicht mehr hatte, neu hatte, dass sie halt wenigstens ihr Geschäft auch weiterführen kann. Und ich weiß noch, ich habe damals eben auch eine Karte, quasi von hier aus gesehen, einmal um die halbe Welt geschickt. Und ich bin in diversen Gruppen eben auch unterwegs, wo es dann die Möglichkeit gibt, dass man sich eben Karten von hier nach da nach dort schickt. Und das finde ich total cool, weil ich habe hier Karten aus Australien bekommen, ich habe welche aus Kanada. Also auf der ganzen Welt findet man Leute, mit denen man gemeinsam kreativ sein kann. Alle arbeiten mit denselben Sets, aber jeder ist ja nochmal irgendwie anders kreativ. Ja, total. Das finde ich auch total schön. Ich hatte ja nun auch gerade Geburtstag und ich glaube, seitdem hat der Postbote mich nicht mehr so lieb. Warum? Naja, und man muss ja auch fairerweise sagen, wo wir bei nicht mehr so lieb sind, der Paketbote meines Vertrauens hat mich auch nicht mehr so lieb. Der hat mir neulich erzählt, er musste zur Reha, weil er so Rückenschmerzen hat, weil ich immer so schwere Pakete kriege. Wenn du auch 300 Kataloge auf einmal bestellst. Naja, so viele waren es jetzt nicht. Ja, wenn die Kataloge kommen, dann kann sich der Postbote schon mal warm anziehen. Ja, meine Postbote kriegt dann hier auch schon mal ein Eis oder so. Ja, das sollte ich mir vielleicht nochmal angewöhnen, aber ich glaube, morgen so um Viertel vor acht will der auch kein Eis. Na, der kommt auf die Außentemperatur an. Meiner kommt meistens so zwischen neun und. Und der kriegt dann schon mal hier so, ne? Ja, aber guck mal, jetzt ist gerade die Zeit, also wir sind ja immer noch Mitte August, jetzt ist Herbst-Winter-Katalog gerade angesagt. Ja. Die sind nicht so schwer wie die Jahreskataloge im April, im Mai kommen die dann. Aber dann ist ja noch nicht so wahr. Naja, wenn man aber noch den ganzen Katalog vorordert. Ich meine ja nur. Wolltest du damit was sagen? Ja, ich habe deine Vororder schon gesehen. Ich weiß, was du hast. Ja, siehst du? Ich gucke mir das morgen an. Ich wollte gerade sagen, meine kommt nämlich morgen. 13. August. Dann können wir ganz viel basteln. Müssen wir dann auch noch, wir haben noch mehr vor. Deswegen müssen wir heute mit dem Postkast fertig werden. Also heute mit dem von Oktober. Genau. Also Stamping Up, eine Herzenssache. Du und ich. Ja. Das ist nämlich auch so eine Geschichte, die es ohne Stamping Up nicht gegeben hätte. Hm. Das stimmt. Und da bin ich echt sehr, sehr dankbar darum, dass wir uns gefunden haben. Oh ja. Mich lässt sich auch nicht wieder gehen. Das finde ich gut. Und auch, dass ich so den Rest von meinem Team gefunden habe. Eine ganz liebe ehemalige Arbeitskollegin zum Beispiel war vor anderthalb Jahren, einem Jahr, nee, vor zwei Jahren schon, ja, schon 2019, war vor zwei Jahren hier im August. Das ist, ach Quatsch, Blödsinn im August. Im Juli. Erster Ferientag. Ferien in Nordrhein-Westfalen. Und bei Shelly findet Weihnachten im Juli statt. Ja, und ich saß hier mit drei Workshop-Teilnehmern. Zwei davon waren zu dem Zeitpunkt Kundinnen von mir und eben meine Arbeitskollegin, die seit dem Kindergarten nie wieder einen Stempel in der Hand hatte. Oh, was machst du so, wann reiß ich gerade? Stempelst Weihnachtskarten und singst Weihnachtslieder oder so. Ne, kennst mich ja. Ja, und dann am Ende des Workshops sagte meine Arbeitskollegin, ach ja, das ist ja toll. Ja, das möchte ich gern zu Hause auch machen. Was brauche ich denn da alles? Und dann müsste ich noch dies haben und das haben und jenes haben und welches haben. Ich so, du sag mal, wenn du jetzt so viel dir auf einen Schwung bestellen möchtest, dann könntest du ja rein theoretisch das auch für dich selber machen. Wir haben da gerade ein Angebot, das war diese Geschichte, wo es dieses, ich sag mal, Starterpaket dazu gab mit der Schere und dem Stempelblock und was nicht alles dabei war. Da ist mein bester Freund auch eingestiegen. Das ist schon der selbe Juli. Guck mal. So, und jetzt sagte sie, ja, dann mach ich das. Und ich sagte so, ja, herzlich willkommen im Team. Und während ich das noch sagte und wir so am Ausfüllen waren, sagten die anderen beiden, ja, das machen wir auch. Boah, läuft, ne? Ja, und seitdem sind die dabei und mit Begeisterung bei der Sache. Das ist echt total schön, weil es ist auch, ja, das macht mir an Stampin' Up halt so viel Spaß. Du nimmst irgendein Stempelset und egal, wer es in die Hand nimmt, es wird irgendwie auch immer was Eigenes draus. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich sag jetzt mal so so einer Bastelparty, was du vorhin erzählt hast, fahre, dann ist eins der liebsten Sets, was ich mitnehme, Kraft der Natur. Weil das einfach so unglaublich vielseitig ist, ne? Du kannst da mit Geburtstagskarten stempeln, du kannst da mit Dankkarten stempeln, du kannst da mit Trauerkarten stempeln, völlig egal, weil du einfach mit verschiedenen Farben so viel machen kannst. Und das finde ich so toll. Ja. Du kannst ganz klare Karten, wo gar nicht viel drauf ist, ganz klar strukturierte Sachen dann machen, aber du kannst das so richtig aus dem Vollen schaffen. Und das macht mir halt so unglaublich viel Spaß. Ja, und was ich einfach auch total schön finde, ist, wir haben für jeden was dabei, ne? Ich hab ein Teammitglied, die bastelt das ganze Jahr quasi für ihre Weihnachtsmärkte und verkauft dann die gewastelten Dinge auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist total cool. Ja. Ja, die ist, ähm, körperlich ein bisschen eingeschränkt und dann nutzt sie einfach ihre Zeit zu Hause, was total gut passt. Und, ähm, ja, ich mag gerne Team aufbauen, ich mag gerne Leute um mich haben, coachen, helfen, wie auch immer. Ähm, das macht mir total Spaß und, ähm, ja, andere machen dann vielleicht Auftragsarbeiten, ähm, irgendwelche Rahmen zur Geburt oder irgendwelche Explosionsboxen zur Hochzeit oder was einem da so Buntes einfallen kann. Und ich finde einfach, ähm, diese Vielfältigkeit total toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ähm, ist für jeden was dabei. Genau. Ob nun für sich selber, zu Hause, um die Abende sich zu versüßen, weil das Kind schläft und man kann nicht weg. Oder weil man bereits in Rente ist und, ähm, irgendwie nicht auf der Couch versauern möchte, sondern einfach noch was machen möchte. Oder ich habe im Endeffekt ja nun auch einen ziemlich nervenaufreibenden Tagesjob mit Zahlen und Excel-Tabellen und, ähm, ganz viel Verantwortung und Entscheidungen. Und, äh, freue mich, wenn ich abends einfach als Ausgleich dann auch basteln darf und was tun darf und, und einfach kreativ sein kann. Ähm. Wo man am Ende was Schönes in der Hand hat. Denn ich habe in meinem Tagesjob auch ganz, ganz viel, was, ähm, spannend ist auf seine eigene Art und Weise. Aber wo ich am Ende auch sage, so richtig kreativ und was für mich hatte ich da noch nicht. Und das finde ich eben beim, beim Basteln, beim Gestalten mit Papier, mit Farbe, finde ich so, ach, finde... Da komme ich richtig runter. Ja. Oder eben auch dann das Workshops geben. Das macht mir total viel Spaß. Anderen Leuten was beibringen. Gut, mache ich in meinem Tagesjob auch. Nur anders. Ja. Aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn man das Leuchten in den Augen sieht von Menschen, die gesagt haben, ich bin total unkreativ, ich kann das alles gar nicht. Und wenn sie ihre erste gebastelte Karte in der Hand halten und sagen, boah, wie schön, das habe ich gemacht. Das finde ich, das macht so Spaß. Mhm. Ja, und wenn man ganz, ganz viel Zeit investiert und auch viel Arbeit investiert, dann machen wir uns nichts vor. Direktvertrieb oder Selbstständigkeit heißt auch immer selbst und ständig arbeiten. Aber dann kann man sich auch seine Bastelmaterialien verdienen durch Workshops. Oder wenn man sehr erfolgreich ist, vielleicht ein großes Team hat oder gute Stempelpartys hat oder halt Kunden hat, die gerne bei einem kaufen. Das macht natürlich dann auch, gibt dir die Möglichkeit im Zweifelsfall auch mal eine tolle Reise mitzumachen. Also nächstes Jahr zum Beispiel geht es nach Hawaii. Dieses Jahr gab es eine Kreuzfahrt. Nach Griechenland. Genau, um die griechischen Inseln. Das finde ich halt einfach auch toll. Du hast halt Möglichkeiten. Ganz anders als, ich sag jetzt mal, in so einem 450-Euro-Job, wo, ja, machst du halt deinen 450-Euro-Job. Und was ich total gut finde, jeder von uns macht ja aus den Sachen was anderes. Wir unterscheiden uns ja, obwohl wir die gleichen Produkte haben, obwohl wir die gleichen Produkte verkaufen. Wie hast du das mal so schön formuliert? Wir haben beide eine gelbe Schüssel. Genau. Was ist der Unterschied zwischen dir und mir? Genau. Werden wir für einen anderen Direktvertrieb tätig, der zufällig gelbe Plastikschalen verkauft, dann geht es nur noch nach der Nase oder nur noch nach Bekanntheitsgrad oder großem Freundeskreis oder so. Oder vielleicht noch längeren Kochenzappen. Ja, aber hier ist es einfach so viel mehr, weil, also, wir stehen nicht gegeneinander, weil Leute, die mir folgen, weil sie meine Karten schön finden, finden deine Karten vielleicht nicht schön oder noch schöner. Anders. Weil wir einfach alle unterschiedlichen Geschmack haben, bringen wir auch unsere Produkte unterschiedlich an den Mann und an die Frau. Ja. Vor allem an die Frau oftmals. Ja. Ich auch an den Mann, aber du auch an die Frau. Ja. Eine Herzenssache. Ja. Ist und bleibt einfach so. Ja. Und ganz bald sehen wir uns schon wieder. Das stimmt. Ist nicht mehr lange hin. Ne, freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. Aber dazu nächsten Monat mehr. Quasi in zehn Minuten. War ein Scherz. Ihr müsst schon warten, weil so ein Podcast kommt immer am Ersten. Genau. Also, den nächsten gibt's am 1. November. Glück hast du jetzt, wenn du das zufällig gerade am Reformationstag angehört hast, weil dann kommt morgen der Neue. Voll gut, oder? Also, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und kreativ. Und bis ganz, ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.